Ich weiß, dein Vater hat dir keine normale Kindheit ermöglicht. Aber jetzt gehst du auf die Highschool. Und das ist deine Chance auf einen Neuanfang. Versprich mir, dass du versuchen wirst, wie ein ganz normales Mädchen zu leben. Ich schwör's. Lernwort. Okay, Ladies, lasst uns anfangen. Mindy, du bist dran. Vier Tiger. Keinen Kuss. Komm. Lasst uns spielen, ihr Schwanzlützer. Hast du es nicht langsam satt, allein zu sein? Willst du nicht Teil von was sein, das größer ist als du? Genau. Gemeinsam können wir etwas verändern. Scheiße, ja! Wie sieht's aus? Bist du dabei? Wieso eigentlich nicht. Ich versuch, Spaß zu haben. Ansonsten, besser sinnlos. Ich muss nicht die nächsten vier Jahre meines Lebens versuchen, herauszufinden, wer ich bin. Denn das weiß ich schon. Ich bin Hit-Girl. Vielleicht ist sie eine Kampflesbe. Vielleicht räume ich dir mein Stiefel in die Fotze. Ich bin Daniel. Ich bin zu philosophy. Wiss ich nicht. Oder gibt's?